Lauft los! Verdammt! Die Batterie hatte keine Zeit, sich aufzuladen. Aber das wird noch. So, jetzt schaut das Ganze aus. Leise, vielleicht findet er uns ja nicht. Juhu! Wo seid ihr, Menschlinge? Also, versuchen wir doch mal hier entlang zu gehen. Wenn es im Laden nur bessere Batterien gäbe. Aha! Oh oh, oh oh. Nimm das! Und das! Mist! Immer hauen sie ab, wenn ich sie fertig mache. So, und da hinten ist ein Mauseloch. Da müssen wir durch. Und an diese Bowlingkugel können, kann ich mich erinnern. Ähm, wir konnten die vorher noch nicht nehmen. Die liegt zu weit oben! Jetzt sind wir wieder groß und können sie nehmen. Das ist das einzigste, was wir jetzt in dem, in dem Gestern nehmen können. Also, öffnen wir die Tür. Hey! Wo ist er hin? Er ist weg! Also, dann würde ich sagen, ab in den Keller. Auch wenn ich jetzt hier, glaube ich, einen kleinen Umweg laufe. Hm, diese Tür ist wohl verriegelt. Na toll. Das heißt, falsche Richtung. So, dann halt so im Keller. Und seht ihr das, wie die schon aufgestellt sind? Also, da fällt an mir nichts dazu ein, außer Bowling zu spielen. Yo, das nenne ich einen Strike. Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Puh, ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Jep, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Ihr habt noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Eure Anstrengungen sind so lächerlich. Hau ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Die menschliche Rasse ist dem Tode geweiht. Meine Scharren übernehmen die Welt, während wir hier... Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Holt mich hier raus. Ich fühle mich, als wäre ich verpuppt. Hm, immer wieder dasselbe. Ihr Menschlinge, zählt einfach nichts. Oh, wie war denn das nochmal? Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Meine Scharren übernehmen die Welt, während wir hier reden. Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Holt mich hier raus. Ich fühle mich, als wäre ich verpuppt. Das hört sich nicht nach einer guten Idee an. Es scheint nicht aufzugehen. Besser nicht. Nicht mein Lieb. Ich habe eh schon gewonnen. Das hört sich nicht nach einer guten Idee an. Meine Scharren übernehmen die Welt, während wir hier reden. Bist du wirklich aus der Zukunft? Der sollte sonst so genial sein und den Miniaturisierer erfinden. Ach ja, wir müssen ihm per Reden dazu... ...dazu bringen, dass er auf Dr. Fred schießt und das dann abprallt. Bist du mehr oder weniger intelligent als der Purpur-Tentakel aus unserer Zeit? Genauso intelligent. Aber ich hatte 200 Jahre, um über alles nachzudenken. Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Immer genau ins Schwarze. Kleine Demonstration, gefällig? Ich wette, du kannst nicht mal deinen Kopf treffen. Netter Versuch. Also, was hast du gegen die Menschen? Menschen sind unsere Unterdrücker. Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben. Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind. Versucht mal mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. Hört sich an, als wäre es Dr. Freds Fehler. Hm. Ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen, sondern nur Dr. Fred. Warum setzt du zur Abwechslung nicht einfach mal Fred? Hm. Vielleicht macht das ja Spaß. Genau, und das ist von dem Dings da reflektiert. Ähm. Können wir das ausdiskutieren? Hm. Rede. Sicher. Wartet. Ihr habt nicht alles gehört. Ich komme zurück. Und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir. Wah-ha-ha-ha-ha-ha. Alles mir. Der Hamster. Okay, kleiner Freund. Schick das nach Sibirien. Wir haben die Welt gerettet. Unsere Arbeit ist getan. Jetzt können wir nach Hause. Tja, Kinder. Das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred. Sie müssen uns zurück verwandeln. Wir sehen schrecklich aus. Und wir können keine Kleider von der Stange kaufen. Genau. Wir sind super, Bernhard. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Helfen Sie uns, Dr. Edison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh. Schon okay. Hm. Ja. Idioten. Es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover. Lol. Ich bin froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zugucken. Das ist das Ende meines Let's Plays von Day of the Tentacle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bleibt uns treu. Abonniert uns vielleicht, wenn euch das was gefallen hat. Ansonsten lasse ich jetzt noch das Outro durchlaufen und wünsche euch viel Spaß dabei. Und ja, bedanke mich dann fürs Zugucken. Das war's. Euer Maru. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020